Ihr wollt wissen, wie es mit Platten und Stangen weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich war so nett, äh, oder so frei und habe schon mal die ganzen Anschlüsse gemacht. Und auch die Ressourcen schon mal hergebracht. Weil, das müsst ihr euch nicht nochmal angucken. So. Jetzt habe ich vor, für die Iron Plates und für die Iron Rods hier eigentlich zwei Türmchen zu bauen. War so meine Idee. Das Problem dabei ist nur, ich weiß noch nicht, wie ich das auftrehen soll. Das ist echt schwierig. Ähm, ich meine, 25 Stück. Das ist jetzt, na, entweder gehe ich hin und mache halt 10, 10, 5. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Obwohl ich sage, ich mache unten irgendeine komische 5er Konstruktion, gehe eine Etage höher, noch eine, dann habe ich 5 Etagen. Das geht auch. Ja, wie mache ich das mit 37? Durch was ist 37 teilbar? Quasi durch nichts. Könnte natürlich 36 machen und den letzten übertakten. Ich glaube, das ist auch die Lösung, die ich machen werde. Oder den ersten übertakten. Ist ja vollkommen egal. Ähm, das ist glaube ich sogar die beste Lösung. Weil, nicht Karte. Wo sind die denn? Ja, so. Wir brauchen insgesamt 62 Stück. Ich könnte 6 Etagen machen mit 6 Stück. Das heißt immer 3, 3. Das ergibt sogar noch Sinn. Und das andere ist halt, ich fange mal hier runter. Ja, da wäre jetzt die Frage, gehe ich einfach hin, mache, quasi auf der Seite 3, auf der Seite 2 und dann geht das hoch. Also ich würde, ich sage mal, hier so anfangen. Dann wäre das auch konsistent zu den 6 auf der anderen Seite, also halbwegs konsistent. Weil, wir können ja mal anfangen und das ausprobieren. Ja, wir setzen den Kollegen hier hin. Machen wir den Eingang über die Mitte oder machen wir den Eingang über Außen? Das ist vollkommen egal. Ich muss irgendwann sowieso Außen was haben. Mache ich einen Ausgang oder mache ich zwei Ausgänge? Ich mache zwei Ausgänge. Warte mal. Das ist nämlich jetzt meine Idee hier. Zwei Das wäre Ne, so rum. Ja, jetzt nur halt gucken. Hier so mittig dazwischen. Oh, erstmal eben Musik ändern. Danke. So hätten wir das. Der Spaß geht hier durch. In der nächsten Etage können wir dann wechseln. Dann ist doch auf der Seite 3 auf der Seite die 2 das passt doch eigentlich ganz gut. Hier hätten wir den Eingang. Wie sieht das mit den Splittern aus? Hier ist der Eingang. Hier ist Splitter. Hier ist Splitter. Hier ist Splitter. und da ist es. Das ist schon ordentlich. Theoretisch könnte man das Ding noch als Blueprint machen. Obwohl ich genug Zeug für den Designer oder bei dann bräuchte ich nicht darüber fliegen. Das war falsch. Spezial. Natürlich nicht. Und das andere Zeug wäre da drüben dann könnte ich auch direkt da machen. Dann müsste ich die nur halt immer übereinander setzen und fertig ist. Die Frage kriegen die von mir direkt den Boden oder mache ich dann oben eine Platte und setze das Ding da hin. Ist glaube ich besser, oder? Kann ich das machen? Hätte direkt alles angeschlossen. Muss nur Strom reinsetzen. Gut ist. Und dann machen wir das Ganze zweimal. Einmal in der Form einmal in der anderen Form würde ich auch sagen finde ich mit der 3er also mit 6 Stück an wir fliegen darüber beziehungsweise fallen beziehungsweise fliegen oder fallen Hauptsache wir kommen da vorne hin. Dann machen wir einen schönen Blueprint daraus und dann benutzen wir es geht glaube ich schneller. Das Blöde ist natürlich jetzt wieder bei den Blueprints die zählen dann wieder auf die Konstruktoren die ich sowieso dann reingepackt habe aber gut wir wissen 62 insgesamt das ist doch eine gute Idee das passt alles auf so eine das passt auf so eine Versorgung ja halten wir uns ein bisschen da rechts wir wollen das jetzt nicht die geben das nicht vor wir machen ja wir machen das müssen wir machen so wir drehen den Spaß rum und wir wollen das richtig gut und wir wollen das mittig mittig haben das wäre die Mitte mit dem mit dem zwei drei und drehen so jetzt ist die eine Hälfte passt wir bauen uns das jetzt sehr gut damit hätten wir das drin wir haben ja wirklich genug Platz und hier können wir ein bisschen simpler bauen brauchen wir die Splitter dazwischen nämlich das da dran das da dran hier hin hier ist unser Eingang da hinten wäre der Ausgang den Eingang markiere ich mir so sehr gut da wird es nach oben gehen ich möchte aber auch in die Richtung den Spaß raus haben dann machen wir das macht das Sinn ja macht es ähm Fusionat der muss jetzt dicht dran mache ich das so oder setze ich die dock enger zusammen ich meine so bleiben wir immer noch hier geht es da lang und hier geht es da lang da kommt der Spaß hin ja ja lass mich mal durch bitte danke so das hier wird unser Haus wenn hier das eine nach oben geht äh ich habe schon muss noch okay wie machen wir das den untersten möchte ich eigentlich so haben dass der hier vorne wieder zusammenläuft und weggeht das kann ich aber nicht machen wenn ich das als ähm zum bauen benutzen möchte weil wenn ich den da drüber stelle dann muss der ja auch wieder angeschlossen werden können das heißt wir markieren uns jetzt auch hier also die Seite wo es reingeht also das sind alles reingehen und die müssen wir dann immer im Wechsel haben so jetzt kriegt das Ganze nur noch Strom jetzt ist mit 6 natürlich ganz blöd weil optimal ist natürlich ich setze hier einen rein mit einem solchen Strommast irgendwo hier keine Ahnung so dann geht von da alles ab dann habe ich aber auch nur noch einen Eingang die einzige möglichkeit die ich habe wäre ich setze hier vorne das ist dann wenn ich hier vorne noch einen hinsetze auf die oh auf die dann passt das noch dann habe ich nämlich hier weg den Anschluss und kann in die nächsten Etagen hoch das ist glaube ich eine gute Idee hier ist meine Konsole au hat das weh getan ihr habt es gesehen ne 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 machen wir mal kurz Pause so ich habe es noch mal aufgebaut ein bisschen kompakter aber ihr freut euch das noch mal an äh Symbol auswählen äh da haben wir ja äh auswählen das ist wunderbar na das ist 6er äh äh ob so kommt kommt verzeichnis setzen packen wir das denn hin hier will ich das haben das kommt unter ne neue Kategorie äh ähm das Kategorie oh die heißt machines vielen Greg k so j Ah 해 dann consteller subcategorie in in india Có mad société schweig da Hier hätte ich gerne den hin, apply, also wir haben Verzeichnis gesetzt, wir haben das gesetzt, wir haben das, lau-pause-speichern. Danke. Jetzt gehen wir hin und nehmen diese Seite weg. So. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du und du, dann schnappen wir uns den, drehen den um, setzen wir den so und dort daneben, nein kommst du, dann so. Auf die Position hattest du gar keinen Bock, ne? Ein Splitter hier hin. Ein Splitter hier hin. Und jetzt ist wieder ein Spissen angesetzt. Da. So rum, bitte. Danke. Wow. Ich hab dreimal geguckt und immer noch falsch. So ungefähr wie beim Sägen, ne? Zweimal gesägt, war aber zu kurz. Ähm. So. Da rein. Da rein, bitte. Da hin. So. Die Seite haben wir da. Dann kommt auf dieser Seite. Ähm. immer noch Logistik. Da kommen die Personaturen hin. Gleiches Schema. So. Jetzt kommt wer dort ran, wer dort ran. Und du gehst da hin, damit das von oben runterkommen kann. Du kommst nicht da hin. Du kommst weiter raus. Du kommst bis... da hin. So. So. Jetzt gehen wir hin. Gehen nicht auf Designerlehren. Machen daraus den Fünfer. Der Rest bleibt wie es ist. Verzeichnis setzen. Hier unten. Da hin. Ausgehen. Falsch. Gehen wir. Verzeichnis setzen. Hier unten. Da hin. Zu klappen. Speichern. Zwei Blaufhausen gespeichert. Jetzt darf ich sagen Designerlehren. Und ich kann sagen, gib mich mal all mein Zeug wieder. Der von mir aus behalte die 23. 22. Das ist mir egal. Jetzt fallen wir... Hier wieder runter. Und rennen weiter. Wir kriegen das noch hin. Alles, was ich in der Folge nicht schaffe, mache ich wieder ohne euch. Ist das okay? Oh, Mann. Ich hätte schwören können, dass da unten der... Also ich habe nicht gelesen, ne? Aber ich hätte schwören können, da unten ist der Knopf, der sagt... Jo, ich mach mal hier. Oder... Icon. So. Jetzt haben wir den ganzen Schmarrn hier noch. Der heißt, du kommst weg. Du kommst weg. Hier kommt weg. Und hier. So. Zweite Runde. Wir gehen hin. Oh, wir können hier fliegen. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben mehr Übersetzungen. Das heißt, wir haben mehr Übersetzungen. Blaupause. Machines. Wir setzen hier den Fünfer. Wir möchten den Fünfer so sitzen haben. Und zwar mittig. Dann bin ich glücklich. So. Jetzt gehen wir hin. Nehmen wir den Sechser und setzen ihn hier neben. Auf die gleiche Höhe. Das passt ja optimal. So wollen wir das haben. So und nicht anders. So. Was ich natürlich ganz clever hier vergessen habe, war die zwei anzuschließen. Oh, bei dem hätte ich sogar den Mast vorne setzen können. Also ich habe ihn hier weggelassen. Zum einfachen Grund. Den kann ich jetzt halt hier hinsetzen. Und muss den dann halt immer einmal anschließen. So. Jetzt wollen wir. Wohin wollen wir jetzt den Strom? Mal hier vorne an die Kante. Okay. Da dran. Fertig. So. Und hier ist von. Ja komm. Hier hin. Moment. Den setzen wir auch eben richtig. Der ist nämlich. Hier. Und auch direkt. hier. So. Die Kollegen sind alle schon mal angeschlossen. Erst lassen wir uns entfallen, wie das denn aussieht mit Plattformen darüber. Wir gehen hin und nehmen uns kleine Betonsäulen. hier rein. Dann gehen wir. Jetzt muss ich von der Höhe her gucken. Reichen zwei. Zwei würden reichen. Das heißt wir gehen hier hin. machen uns. Wieder drauf. Okay. Das reicht nicht. Ich bräuchte eine halbe. So. Eins. Eins. Zwei. 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 Oben drauf. Oben drauf. Ich mein das geht ja hier wirklich optimal. Also so sollte das auch aufgehen. Wunderbar. Das gefällt mir wirklich. So. Dann kommen hier wieder die kleinen Betonsäulen drauf. Falsch. Zwei. Eins. Zwei. 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 Eins. End. Zwei. Joe weg. Und jetzt. Suchen wir uns das hier ran. Oder da rüber. Und haben wunderbar das ganze Ding hier schon mal reingepackt. Das ist doch schön. Das funktioniert schon mal. Jetzt muss ich mal einen gucken. Ich brauche für die allen Rots 550. Hier kommen 600 raus. Stimmt das? Kommen 650 raus. Das heißt, hier bleiben 100 rüber. Die 100 muss ich irgendwie da drüben hinkriegen. Hier bleiben 100 rüber. Die muss ich da drüben hinkriegen, damit die da zukommen. Ich habe nur ein 120er Band. 120er ist blöd. 60 ist auch blöd. Von dem 120er. Ich müsste entweder hier unten irgendwas basteln, dass wir das hinkriegen. Das sehe ich aber noch nicht. Okay. Dann geht es wieder los. Blaupause. Der 6er Constructor. Den hätten wir jetzt gerne. Mittig hier vorne. Das war ein Fehler. Ich habe doch gesagt, ich will den umgedreht haben. Ja, wunderbar. Cool, dass wir uns da auch umgekummert haben. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie blöd das im Moment noch ist mit dem Abhauen. Also nicht, dass mir sowas öfter passieren würde. Fünfmal dran gedacht. Einmal ein Ding dazwischen und schon alles aus dem Brain weg. Egal. Wir kriegen das. Wir sind nur klein, wenn ich hier die richtigen Dinge treffe. Alle von euch, die da gesessen haben und gesagt haben, drehen, drehen, verdammt drehen. Entschuldigung. Zweiter Versuch. Sechster. Zack. Zack. Da hin. Auf Pause. Fünfer. Das wäre so. So rum ist richtig. So rum ist auch richtig. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen. Den Kollegen nehmen, bis an den Rand ziehen. Hier ein Förderbandlift. Und da unten dransetzen. Alles, was da rausgearbeitet wird, kommt hier unten an. Ähnlich sieht es auf der Seite aus. Da ist nur der Spaß ein bisschen länger. Perfekt. Hier geht es rein. Das heißt, hinten kommt es hoch. Und hier wird es dann vorne wieder hochgehen. Wunderbar. Das gleiche können wir auch hier machen. Einmal. Den nicht. Den ab. Fast. Wir sind dran. Wir haben die andere Seite noch. Dort geht es von da unten. Da hin. Wunderbar. Daher, wir hatten gesagt, wir wollen einen übertakten. Achso, wir haben ja sowieso noch keine Rezepte gesetzt. Jetzt nehmen wir uns den Kollegen. Wir setzen ihn hier vorne hin. Und packen dich dabei. Das gleiche machen wir hier. Okay, damit sind die angeschlossen. Wir haben jetzt fünf, zehn. Okay, das geht jetzt noch ein paar Mal hin und her. Dann würde ich sagen, okay, lass uns mal eben überlegen, ob wir den Anschluss kriegen, weil dann kann ich das machen ohne euch. Aber wir haben wenigstens noch was Sinnvolles hier unten gemacht. Also. Wir nehmen uns. Ich nehme es bitte. Den setze ich mal eben möglichst nah hier vorne hin. Ich bin da rein. Wir packen dort von der Seite 650 rein. Wir wollen. Cool, das könnte ein Problem werden, wenn ich nicht genug davon darf. Und ich müsste ein gutes Kabel haben. Ich habe hier. Wobei, es steht egal. Da müssen wir auch splittern. So. Wenn ich hier jetzt 120 wegleite. 120. Kann ich nicht einfach... Wer ist nicht einfach... Moment. Wir gehen jetzt mal anders vor. Wir haben hier 6... Wir haben hier 780er Bänder. Das heißt, wir haben da 30 zu viel. Wenn ich das einfach mit dazu packen würde. Ne, gehen wir mal hin. Wir machen hier einen Fusionator hin. Und hier einen Splitter. So. Welches Band nehmen wir denn da? Wenn ich einen 60er Band nehme, dann gehen 60 darüber. Wir brauchen nochmal 100. Also machen wir einen 120er Band. Dann wären wir schon nur noch bei 700. Wie kriegen wir das los? Am besten wäre... Ne, ich nehme was Schnelleres, damit wir... Also. Hier zwischen. Schließe ich jetzt einfach an. Sonst wird das blöd. So. Jetzt haben wir auf diesem Band auf jeden Fall 780. Auf. Müssen wir hier hingehen. in den Splitter setzen. Und dort in den Splitter setzen. Hier gehen jetzt 60 ab. 60 gehen ab. Dann haben wir nur noch 780, dann haben wir nur noch 720. Wir brauchen aber 30 mehr. Wir brauchen aber 30 mehr. Das heißt, wir machen hier wieder einen Fusionator hin. So. Komm, ein bisschen zu weit. Aber das wird ein schöner Rundgang hier. Ähm... Ähm... Dort würden... Ups... So wieder... Die 60 natürlich reingehen. Aber wenn ich das hier hin mache, habe ich die 30. Habe ich 30-30. Das heißt, ich mache hier... einen Fusionator hin. Der dann wiederum die 60, also die 30 hier bekommt. Damit hätten wir da 750. Und hier die entsprechenden... die entsprechenden... 550. Richtig? Also 130 sind weggegangen. 30 sind... Wir müssen nur 100 weg... Ja. Das sollte passen. Das heißt, wenn ich jetzt den nehme, da langlaufen lasse... Geht das da hin? Du... musst... so laufen. So laufen. So. Und wo hängt das jetzt? Ja, da. Jo. Äh, hallo? Hallo? Habe ich dich falsch... Ich habe dich falsch... Oder? Das ist ein Fusionator. Ja. Ich habe dich falsch... Äh... Das machen wir jetzt noch eben zusammen hier. Ähm... Ähm... Da kommt das hin. Da kommt das hin. Da kommt das hin. So. Warum gehst du... Achso, ja. Das läuft schon mal durch. Jetzt gönnen wir uns aber noch eben die Zeit und schließen den hier hinten an. Damit wir wenigstens auf dem gleichen Stand bei beiden Seiten sind. Schön. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann... passt das von den Zahlen her. Ach, verdammt. Das war eine... Äh... Äh... Tschüss. So. Can we... opco?